Was die derzeitige Wirtschaftslage angeht, bin ich sehr optimistisch. Die Konjunkturdaten sehen auf kurze Sicht recht gut aus. Unsere Zeitgeistthemen sind lukrative Anlagemöglichkeiten und auch der Ölpreis erholt sich wieder. Die Schuldenlast bereitet mir ein bisschen Sorge, aber ich glaube, sie ist nicht schwer genug, um alles auszubremsen. Ich bin ein bisschen vorsichtiger als du, Giles. Der US-Markt erwartet im dritten Quartal einen leichten Anstieg, aber für das vierte Quartal wurden die Vorhersagen schon nach unten korrigiert. Der IMF setzt für dieses Jahr die weltweite Wachstumsprognose um 0,6 Prozent herab. Der Welthandel hat um nicht einmal 2 Prozent zugenommen und ist dramatisch zurückgegangen. Das ist momentan ein Grund zur Sorge, dass das Wachstum des Welthandels sich deutlich verlangsamt hat. Ich glaube, da findet gerade ein großer Wandel statt. Chinas Wirtschaft orientiert sich immer mehr an einem nachfragegetriebenen Wachstum. Und die Wertschöpfungskette ist auf der ganzen Welt verteilt. Aber das ist normal für eine Phase der Veränderung und bereitet mir wenig Sorgen. Das sagt mir, dass die Weltwirtschaft zwar nur langsam wächst, aber das heißt nicht, dass sie abstürzen wird. Bei einem schnelleren Wachstum besteht immer die Gefahr einer Inflation, denn die Teuerungsraten ziehen langsam an. Aber übertragen wir das mal auf die Situation der Finanzmärkte. Stefan, was meinst du? Ich bin zuversichtlich, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nicht überbewertet. In den USA ein wenig. Aber Europa liegt im historischen Durchschnitt. Da ist noch viel Potenzial. Gib uns ein paar Zahlen. Was meinst du damit genau? Das Kurs-Gewinn-Verhältnis im amerikanischen Aktienindex S&P 500 liegt bei 18,2, also über dem Jahresdurchschnitt von 14,7. Im Vergleich dazu, der deutsche DAX-Index liegt bei 13,6 und damit unter seinem Durchschnitt, der ebenfalls um die 14 liegt. Deshalb ziehe ich momentan den europäischen Markt, dem US-Markt vor. Das sehe ich ähnlich. Selbst wenn die Renditen leicht gestiegen sind, ist der Durchschnitt im Vergleich zu historischen Anleiherenditen immer noch niedrig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bleibt also hoch. Da geht noch was. Das waren auch letztes Mal meine Worte. Wenn wir die Zinssätze in die Bewertung mit einbringen, bleiben die Aktien günstig. Die Risikobereitschaft ist ebenfalls angestiegen. Darauf weist der Finanzstabilitätsbericht des IMF hin. Er sagt aber auch, dass das Kreditrisiko zwischen Oktober und April gestiegen ist. Wir sollten also nicht zu optimistisch in die Zukunft blicken. Vielen Dank für die gute Diskussion. Nun zum Wertstein-Index. Valerie, was ist deine Meinung? Giles, ich bin vorsichtig. Es gibt bis zum Ende des Jahres viele Unsicherheiten, politisch und wirtschaftlich. Das und auch den Bericht des IMF sollten wir berücksichtigen. Danke, das verstehe ich. Stefan? Wenn die Unsicherheiten vorbei sind, ist der Markt schon um 20 Prozent gestiegen. Ich bin also sehr optimistisch, zumal statistisch gesehen der Aktienkurs im vierten Quartal steigt. Aber manchmal sinkt er auch. Christine? Ich stimme Valerie zu. Ich bin nicht so optimistisch wie Stefan. Es gibt zu viele Unsicherheiten. Die US-Wahlen stehen bevor Probleme in Europa und der Brexit drückt auf die Stimmung. Mittelfristig bin auch ich optimistisch, aber wir müssen erst die nächsten ein, zwei Monate überstehen. Nicht nur wegen den Wahlen, sondern auch, weil die US-Notenbank beginnt, die Zinsen zu erhöhen. Okay, fassen wir zusammen. Valerie, deine Abstimmung, eine Zahl zwischen 0 und 10. 0 ist eher vorsichtig, 10 optimistisch. Giles, ich bin diesmal neutral. Fünf. Danke. Stefan? Ich erwarte eine Jahresendrallye. Neun. Puh, ziemlich hoch. Ich bin vorsichtig, aber weniger als letzten Monat. Vier. Danke. Ich stimme auch mit einer Vier wie beim letzten Mal. Das macht einen Wertsteinindex von 22, also ein bisschen höher als die 19 vom letzten Mal. Aber er ist noch weit entfernt vom Maximum, von 40. Und das zeigt nicht nur, dass wir zur Vorsicht raten, sondern auch, dass das Spektrum unserer Ansichten recht weit ist, mit Werten zwischen 4 und 9. Das lässt den Schluss zu, dass selbst wenn sich der Markt mittelfristig entspannen wird, es kurzfristig zu einigen Börsenturbulenzen kommen könnte. Wir sind gespannt auf den Wertsteinindex im nächsten Monat. Und wir sehen uns am 10.00